Wir freuen uns, dass wir nach dem zweiten Spiel unseren zweiten Sieg eingefahren haben. Wir sind ganz gut ins Spiel gekommen, sind auch gut ins letzte Drittel gekommen, ohne da zwingend vor dem Tor zu sein. Hat manchmal die Staffelung gefehlt, kommen dann in Rückstand durch eine Standardsituation, nachdem es ihnen dann einen Stocher gab. Und die Mannschaft ist ruhig geblieben, wir haben geduldig weitergespielt. Wir freuen uns über jetzt sechs Punkte und tanken daraus Selbstvertrauen. Wenn man jetzt die letzten fünf Spiele nimmt, haben wir vier Siege, auch aus einer schwierigen Situation. Nach den drei Niederlagen, wo Bayern München auch mit dabei war, aus einer schwierigen Situation, aus dem 0-2 in Rassgrad, dann das Spiel noch zu drehen. Ich denke, dass die Mannschaft zumindest willig ist und das jetzt zeigt, von Spiel zu Spiel. Aber wir werden alles daran tun, uns da zu verbessern. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf unser Spiel am Sonntag in Freiburg. Und Zürich ist ja noch was hin, aber es ist sicherlich ein Spiel, wo wir es schon schaffen könnten, dann den Deckel endgültig drauf zu machen. Und das nach dem dritten Spieltag, diese Chance, die wollen wir natürlich dann auch suchen in Zürich, ganz klar.